Die Grafik zeigt eine typische von-nach-Matrix. Die Zeile bestimmt den Ausgangsort eines Transports, die Spalte gibt den Zielort an. So lässt sich aus der Transportmatrix ablesen, dass beispielsweise 102 Transporteinheiten pro Monat vom Wareneingang zum Rohstofflager transportiert werden. Felder, die einer Verbindung zwischen Bereichen ohne Materialtransport entsprechen, werden entweder mit einer Null belegt oder, wie in diesem Fall, einfach freigelassen. Die Werte werden abschließend Zeilen- und Spaltenweise kumuliert und in den Summenfeldern notiert. Der Zeilenwert entspricht der Summe der ausgehenden Warenströme und der Spaltenwert der Summe der eingehenden Warenströme eines Bereiches. Da beide Ströme gleich groß sein müssen, gilt dies auch bei der korrekten Anlage einer Tabelle für die entsprechenden Werte.